hallo ich bin steffi ich bin hundetrainerin und dog walker kommers hamburg in diesem teil der hundeschule geht es um den arbeitsplatz euren arbeitsplatz aber auch den arbeitsplatz des hundes wie sollte der gestaltet sein ich finde es wichtig dass der hund ein bisschen rückwärtig sitzt nicht in den lauf wegen so dass er wirklich seinen ruheplatz haben kann ihr solltet wenn der hund immer nur kurz im büro ist wenn ihr nur stundenweise da seid finde ich reicht eine decke zumal wenn die so hübsch ist auf jeden fall aus ist er länger im büro finde ich das ganz toll wenn der ein wirklich gutes bequemes körbchen hat ich mag an hundebetten gerne hier pflegeleicht sind das ist jetzt so ein kunstleder bezug den man ganz einfach abwischen kann den kann man auch entfernen und wechseln falls der mal komplett kaputt ist von der größe her finde ich immer wichtig dass der hund sich einmal der muss sich nicht komplett ausgestreckt hinlegen können aber dass er wirklich sich einmal ablegen kann ganz entspannt sich in dem körbchen ein findet viele hunde mögen die erhöhung am rand die mögen es nicht immer nur komplett flach darauf würde ich achten ich habe hunde die schon so ein bisschen gelenkprobleme haben deshalb achte ich immer auf so ein bettchen mit memory foam ich würde den hund im büro wenn ihr die möglichkeit dazu habt immer so ein bisschen hinter euch platzieren auch raus aus den lauf wegen auch so ein bisschen raus aus eurem bewegungsradius denn wenn ihr den direkt unter den schreibtisch packt ihr streckt mal die füße aus ihr bewegt euch das sind immer signale wo der hund denkt geht es jetzt vielleicht los geht es jetzt vielleicht los ich würde den wirklich irgendwo hinpacken wo ihr euch frei bewegen könnt auch mal aufstehen könnt dem hund sagen könnt warte ich gehe hier einfach nur mal rum dass der wirklich seine ruhige ecke hat wenn ihr die möglichkeit dazu habt im büro weitere tipps aus unserer hundeschule findet ihr auf imtest.de